Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Oh Mist, Schoran! Du kannst nicht greifen. Es wird mehr. Dreh dich auf. Wow, das ist zu lang. Du darfst sicher darüber reden. Du darfst sicher. Machinen. Dreh dich auf! Scheiße, bist du okay? Ja. Sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Okay, dann los. Bereit? Oh, guck auf. Was ist das? Ein Brief. Unterschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Two weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Two und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Finden wir diesen Gang. Keine Fußspuren mehr. Sie hören hier auf. Okay. Und wo sind sie hin? Piratengeister. Sehen wir uns um. Sam's Feuerzeug. Hat er es verloren? Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen. Es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Ja, mit Absicht. Das ist unglaublich. Was? Was hast du da? Das ist eine Kopie des britischen Fahndungsaufrufs für Avery. Er war wohl stolz darauf, der meistgesuchte Mann der Welt zu sein. Vielleicht ist das ein Schalter. Nein. Ich frage mich... Nein. Das könnte... Ist es nicht. Dann mal los. Verdammt. Nate. Ja. Was gefunden? Ich glaube schon. Wow. Ich glaube, dass es nicht mehr wichtig. Dann mal los. Vorsichtig. Hey, Witten. Ja. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Ach, Mist. Wir werden es rausfinden. Das hier sieht nicht stabil aus. Ja. Einsturz. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Mist. Okay. Was war das denn? Ich wette, Nadins Leute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Ah. Ah. Oh, oh, warte. Äh, eine Art Todesfalle? Äh, ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Oh. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Wir einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Und entspannen. Huh. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Verdammt. Da kommen wir nicht durch. Oh nein. Nur ein bisschen länger. Mist. 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 Na los. Verdammt. Hey. Hast du noch Sams Feuerzeug? Ja. Gute Idee. Komm schon. Komm schon, komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich hab noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Na bitte. Au. Sorry. Ähm. Moment. Hier drüben. Au, mein Kopf. Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Romantische Beleuchtung, was? Schon komisch, was du romantisch nimmst. Allerdings. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Okay, los geht's. Okay. Und jetzt du. Okay. Danke. Okay.